Hallihallo liebe Leute ich glaube ich hab jetzt schon wieder zu schnell losgeredet, also wenn das jetzt abgehackt war dann ist es, hieß es trotzdem immer noch Hallihallo Leute und herzlich willkommen bei ein Let's Play Together mal wieder oder schon wieder neue Aufnahmesession nächster Tag so muss das laufen Gegen, gegenüber von mir hockt immer noch der Momo und er werdet sich wahrscheinlich sehen, er nimmt gerade auf, aber ich wollte jetzt unbedingt mal die Auf... auf den bla 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 Begrüßung machen, ne, hier, high five und ähm, wir haben uns jetzt so gedacht die anderen, also unsere Nachbarn sozusagen, die dahinter wohnen die haben sich ein Nether-Portal gemacht und Momo hat sich gedacht, dass er jetzt erstmal dahin latscht zum Nether-Portal, sich ein bisschen Glowstone und so holt und ähm ja wenn wir dann, also er geht zum Glowstone holen und ich geh dann in den Dschungel, den ich irgendwo markiert habe da hinten, Richtung Norden und werd mir erstmal mein komplettes Inventar mit Holz vollkrabbeln und ja wird meine erste Aufgabe sein für diesen Tag und meine zweite Aufgabe, die ich halt noch machen will unbedingt, hab ich mir so gedacht wäre ähm, Sterling Engines zu machen für den Hasling Corridor und ja, jetzt seht ihr schon oh, China, der hat jetzt schon Landmarks ne, wir haben auch nach der Aufnahme haben wir noch ein bisschen was geguckt ne, die Landmarks haben sie bei mir noch gesehen echt haben sie? ja, nur nach der Aufnahme, ich hab ähm Glasfaserkabel gemacht und wir haben von unseren lieben Nachbarn ein Low Voltage Solar Array geschenkt bekommen ja, die haben aber auch genug zum scheißen ganz ehrlich aber ernsthaft keine Ahnung wie die das geschafft haben, alter gut also, nachdem ich fast tot bin ja, okay die waren jetzt aber fast tot wenn ich fast tot bin oder das gesagt hab, bin ich meistens mit einem oder einem halben Herz rumgelatscht und der macht das schon bei noch über der Hälfte, alter scheiße, nachdem ich jetzt fast tot bin ja, ja, genau ich hätte ich nie wieder eine wahre Ärzt nehmen können, alter ich schwöre also, ich geh jetzt Richtung Dschungel falls ihr fragt, wo ich mich hinbewege also, ihr seht grad eh nicht, wo ich mich hinbewege aber, kkkkkk, egal weil, ich geh ja natürlich weißt du, was auch geil ist wenn du auf ne Seerosen die schwimmen ja auf dem Wasser ja und da kannst du ja auch auf dich drauf stellen so zu sagen weißt du? genau und ähm geile ist, bist du schon mal in echt auf ne Seerose gestanden was fängst du aus? ähm bei dir sind sie schon zehnmal runtergegangen ne, aber äh geile ist hier, das ist so logisch das game das ist sogar, dass du sogar falsch hast wenn du auf so einer Seerose landest das ist einfach wie Stein ich hab das jetzt grad eben nicht gemacht, aber nicht die Logik, Alter wo bleibt die Logik? Logik jetzt würde ich nur noch fehlen, dass man dann Gras hängen bleibt oder so so, so oh, bin hängen geblieben, sorry die die schlachten nein mach ich natürlich nicht aber ab im Dschungel nur noch 300 geils hast du es so lange gelaber ich hatte extra vor ein Time Set gemacht ach gut hey, cheater jöder jöder ja jetzt muss man auch erklären warum du das gemacht hast weil das echt nicht in Ordnung jaja und falls ich mich ein bisschen schwul anhören nein, ich bin nicht schwul und das sagt der immer das sagt der immer ne, das ist wie gesagt immer nur für meine Allergie halt sozusagen wie ne Art Schnibbel meine Nase zu ist aber langsam gehts wieder ja man, das lässt dir mal einen verließen alter muss man, also ich hab grad auf ein Hauptbild schon bei ihm geguckt also muss man eigentlich da 4 Saplings dann nebeneinander stellen damit sie so groß werden das ist die große Frage das weiß keiner so genau ich glaub schon manchmal ja manchmal nein aber das geilste ist halt immer noch dass du das wenn du da 4 Saplings auf einmal hinstellst und du machst halt mit Bones mit Bones da links rechts da einmal drum rum 4 Stück also sozusagen aber ich weiß nicht ob man nur einmal in ein Sapling rein oder in alle 4 das machen muss mal gucken also was ich mir wenn ich in Richtung Passiv gehe ich hab übel die FPS abbrüchen ja hallo der hat da oben die Koppelform Koppelstone die Fabrik gebaut alter über die Black Hole Chester das Teil hat schon über 50 Seiten bestimmt oder so los dann Dschungelbäume ich geh jetzt erstmal den Dschungelbaum abbauen okay wenn du nix dagegen hast ja BAM könnt ihr jetzt ein bisschen lecken noch ein paar Saplings mit nach Hause jetzt Dschungelrubber Wood eiskalt so ein riesigen Dschungelrubber Wood Baum einfach was lecken und das sind die Größen alter die sind nämlich drei breit und schon ist meine erste Axt hey ich muss gleich mal gucken Alter wie viel Holz ich schon hab also Zeitgebs werde ich nicht so viele mitnehmen weil die braucht man eigentlich nicht wirklich bau die auch nicht von meinem Haus an die pass hier oder so jetzt ehrlich wozu ne du hast auch gar keine rubber trees angebaut was du hast auch keine rubber trees vom Haus angebaut ja nun kann ich das hernehmen ok ok hab mir jetzt bisschen mehr erwartet ich geh jetzt den Baum hier einfach mal zack ist meine Axt kaputt ok ich hab mir zwei von diesen Dings Axtexten gemacht bin jeweils einmal an den Dschungelbaum gegangen und zack sind sie sind sie hier alter tja so geht es halt deswegen merkt ihr große Dschungelbäume kriegst du jeweils nur mit einer mit einer Axt hier ok sind Einwegexte kannst du nur einmal benutzen hm was geil ist ich weiß das jetzt da oben auf dem Baumkron noch überall Holz chill ok so Holz hat das jetzt echt nicht auch viel mehr eigentlich ja komm das krieg ich hin ich hab jetzt Holz also mach ich mir kurz ja ich tue mir jetzt erstmal also irgendwie hat unser Nether kein wirkliche Lava-See ach doch da wow ne nicht wirklich ihr seht es jetzt bei mir eh nicht aber ich mach mir jetzt mir jetzt ohne Scheiß ein paar übelst viele Stein Axte ja hoffentlich Stein und nichts anderes ja was anderes ja was anderes hab ich ja nicht gar kein Eisen hoffe ich doch ja ich bin halt immer noch am Dschungelrand mach mir jetzt erstmal hier ne Pickaxe damit ruhig jetzt ein bisschen Stein Oranium ein Stück richtig mit dem Holz abbauen nö natürlich nicht ich kann den Zuschauern grad mal zeigen was passiv hier so gebaut hat Oha hey wenn wir jetzt die Folge früher rausbringen sind wir voll die Euler ja übel gell fuck off fuck off alter was die hier schon gebaut haben was die hier schon gebaut haben haben sie grad gar ne Query hier gehabt die scheinbar nichts ok aber wir mach deinen Query rein oder genutzt hat genau da egal dann die übelste Fabrik Alter so hab ich die aber auch noch nicht gesehen ich hab immer nur das komplette Cobblestone da rumlatschen sehen ja aber alter guck mal zum Cobblestone ganz ehrlich weil und da wird schon mal denken dass es nicht leckt ja 21 Seiten so hier übeln alles nur Cobblestone alter wenn du das Teil mal der Woche durchlaufen lässt du man muss dazu sagen wir den direkt am nächsten Tag auf also wir haben sich schon die komplette Nacht und waren die komplette nachlaufen zu krass zu tun aber warum also ich hab jetzt zwei 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 ein viertel Stacks zwei ein viertel yo kann rechnen zum glück sehen die kann ich nicht wie ich fett am fail bin ey also wie immer der Standort der Standort erst mal kurz ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht stein stein äxte gemacht und ja ich hab mir grad acht stein äxte gemacht so billig billiger gab's noch nie um 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 warte zur Not bis es nacht ist oder du kannst die aus Minions zu und drei von den Akten Knochen ich weiß die Hunde also wenn du zu auswesehen alles zu Bohnen mir verarbeitet das schon Borschen Hund okay und kriegst du sicherlich auch andersrum hin Bohnen zu ähm so so viel es ist mit den Lernens wird noch dauern Lernens oder Lampen also gedacht was hast du gebraucht äh ja genau und Apfel die auch so langsam wirklich gebrauchen also ein Holz mangelt uns noch oder auch nicht äh bald nicht mehr ich mach nochmal so ne Göbel Kiste ja ja Fischkos Göbel ähh ähm ich tue dann auch gleich mal die Basalt brennen äh ja mach das ach halt wenn wir gar kein Strom ja ich komm ja gleich mit Holz Alter und Zepplinge kannst du feier auch verbrennen na ich brauche ja für dir gar kein Holz warum nicht Solar ja dann hätt ich halt mal angeschlossen oder so die haben will ich jetzt grad machen zur Not macht ihr halt mal der LFE alle die Liga speichern auch schon ganz gut Strom so ich muss aufs Dach Erde und ja der hat sich auch schon von oben runter gegraben naja stand da und ich muss ja gucken wo das denn hinkommt ey pfeife nicht so unschuldig Alter Alter wenn du bei uns brauchst hab grad eben glaube ich gesammelt uehh ja gut guck rein die Zombies her alter Minium ich hab Minium gesammelt Alter hier ist so dunkel die Sporn schon am Tag hier unter dem Riesenbaum unter dem Riesenbaum Loch hier ist das Loch hier Loch auch das Loch meinst du den Arbeiterminenschacht oder wie hm bin ich wo ich grad fett gefehlt hab so richtig sterbe äh 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 ohja oh ne tauchaktion ey ja ich tu grad eben Holz aus dem Boden des Wassers rausholen Alter wo kommt da die Spinne ey und ja wir haben so ausgemacht dass ähm teleporten nicht unbedingt cheaten ist und das nochmal kurz zu verdeutlichen ohja creeper komm mit kann ich für mich ein Baum abbauen komm explodiert doch du Kackspass Hallo Chicken äh und ich hab das jetzt schon mal gesagt weil ich oh ne äh äh könnte es mich glaube ich gleich sogar teleportieren ich schreie dann sag's dann Bescheid ok ich hab grad eben ein rohes Chicken gegessen und jetzt bin ich irgendwie voll am abkacken äh 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 Kicken Was ist? Bisschen festgefahren Karten? Jetzt schon Autos hier oder wie? Jo Oh Ja du mich auch der Kackspast, oder? Lass mich raten, du hattest die Menge Sachen dabei Stolz Oi, was war das denn? Das ist ein Zombie, Alter Scheiß, Creeper Was ist passiert? Kack, Creeper, direkt neben mir Auf dem Dach Ja, bei mir auch Ich hasse Creeper Irgendwie die einzigsten Gegner, die ein bisschen was drauf haben Und Skelette, Alter, die ein Aim-Bot an Obwohl, das heißt ja nicht, dass sie was drauf haben Dann halt, Aim-Bot Hör dir, ey Die gucken voll in die andere Richtung Treffen dich trotzdem Geil wie du zickzack läufst Oh ja Climes gibt's hier, hier auch ganz wenig Ne? Ja Geil, es ist Nacht und ich hab das Solaray angeschlossen Ja, passiert, du wolltest Spawns haben, hab ich gedacht Ja Ja, dann geh kurz raus Warte, hier sollten überall eigentlich laufen Ich muss da hinten durch diese Höhle durch Links eigentlich an der Seite Weil da gammeln die immer rum, oder? Ich weiß nicht warum Ich hab Minium Ja, wow, ich auch Aber wir brauchen die einen immer Ja Minium Stone Ja, haben wir doch schon einen Ja Die werden halt nie eh nicht kommen Ach, bis jetzt hab ich mir immer nur eins gemacht Ja, 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 ja Das stimmt gleich Pass auf, dass man halt nicht, dass irgendwas von hinten kommt alle Mit Gott So macht's der Skelette Alter, halbes Herz Fuck, Skelett Nein, du kannst Spaß trisch mich nicht Hä, was ist explodiert? Was hier, Alter? Sag mal, dein Hoden, kaltes Wasser tauchen Den Hoden sagt ihn kaltes Wasser gegen Nein, den Hoden, nicht den Sack Den, der, die, das Hoden Langsam aber sicher hol ich mir meine Sachen zurück Ach, der Schöne, der jetzt ein Zombies und hat mein Schwert aufgenommen Ich hab' nicht kill den Meiner Faust Geil, geils bin ich, geilste finde ich, wenn, ähm Hallo, Creeper Geilste finde ich immer noch, wenn Die Letz, dein Schwert aufnehmen Warte, ich hasse euch Skelette, ey Oh, geht mir bitte aus dem Weg, ey kleinen Hoden, Söhne Ich hab'n Ei Mach's nur eins Da liegen meine XP, ich bin ganz in der Nähe So, ich hab' die erste Boah, da ist sogar Lava, Alter Die ist mir vorher noch nicht aufgefallen Ich hab' jetzt die erste White Lam Mein Schwert Bam Die leuchtet Sag mal Warte Krasselig Wir sind schon grad eigentlich die Lampen Hm Aber wir brauchen jetzt endlich mal was zum Essen Ach, hier hat's doch drei Bounds Ja, Mann Bound, 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 Bound Bound, Bound, Bound Bound, 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 Bound Diese KI von den, von den Hühnern, Alter Die tricksen mich jedes Mal aus So viel Holz hab' ich jetzt eigentlich echt nicht Wenn jetzt ein Creeper reinkommt, Alter, ich bin gefickt Wow, jetzt bin ich ungefähr auf dem gleichen Stand wie vorhin Als ich hier war Fast kein Leben mehr Fast kein Hunger mehr Ja, kein Leben hattest du schon irgendwann Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 das war schon fast witzig Ähm Oh, ich hab' noch neu Ich hab' schon zwei Eier Ich hab' schon zwei Eier Ich bin jetzt zu dir Passi Scheiß Cheater Mach da immer gleich Taki So dass die Scheiße Hat dich nicht mal übel f... Ach Scheiße Was ist das? Das ganze Glas hab' ich ja für Ähm Boah Deine Transportpipes Und... Meine Transportpipes Und Glasfaser-Kabel-Ration Ja Das kann natürlich alles gewesen sein von dem Baum Boah Zappling Boah Zappling So So Wir haben Vier Lampen So Wir haben Verstimmt nochmal vor Was haben wir? Vier Lampen Was war tipp, alter Mach die mal in blau oder rosa Oh ja Oh ja So Oh ja Oh ja Ski An Ja, ich glaube, hier stand mein Baum. Gut möglich. Okay. Danke, Rönn, sehr dank. Was ist das? Nichts. Oh, Kartoffeln. Ich habe Coco-Beans. Ich habe die Samen von dem Coco. Kann man Rottenfleisch braten? Probierst du aus? Vielleicht kommt ja Rottenfleisch braten raus. Mein Gott, kann das sein? Nee, geht nicht. Ach, schon. Okay. Also, wenn du willst, kannst du mich ja tippen. Gott, ich kriege eh so langsam mal Hummer. Vielen Dank. Ins Gesicht geworfen. Hey. Was? Was? Ich habe mich geschlagen. Nö. Dann muss ich so langsam mal was essen. Äh, willst du ne Kiste für Holz anlegen? Oh, ich mach mir einfach jetzt ein paar. Ich brauche eh noch voll viele. Ja, hinter dir. Ja, wo? Boah, stellst du eigentlich so viele, wo soll ich die hinstellen? Holz. Wir machen nicht zum Befeuern. Hä? Wir machen mal ein Lager. Warte kurz. Auf linke Seite würde ich das rein klatschen. Ja, ich muss aber gerade mal gucken. Das hier können wir als Lager nutzen, den Gang. Nein. Ah doch. Der wird ja so tief. Warte kurz. Jetzt kann man den so links. Wow, so ein ewig langes großes Lager, Alter. Wenn man das macht, voll halt alle Respekt. Wo soll ich unser Meinung tun? Unten. Wo unten. Ganz hinten unten. Im Gang. Okay. Boah, sorry, wenn ich das jetzt ausprobieren muss oder will oder machen. Aber ich habe herausgefunden, dass wenn ich meine Grafik auf 3D setze, dass ich dann dauerhaft durch Wände durchgucken kann. Halt. Nur als 3D. Warte, ich zeig das jetzt. Also, euch kann ich ja nicht zeigen. Fuck. Dazu müsste ich ja aufnehmen. Warte noch. Aber das ist übelst geil. Mach das jetzt einfach mal. So. Also, wer jetzt eine 3D-Brille hat, kann jetzt Minecraft 3D schauen. Ja, ich glaube, das machen wir aber nicht lang. Nur, der Unterschied ist. Warte, ich setze mir kurz eine 3D-Brille auf. Cool, meine Herzen sind grau. Ja, Mann. So. Das passt wieder aus. Ja, Mann. Guck dir jetzt zu, ey. So. Wieder aus. Alter. Was ist das für ein Street Miner? Wo? Oder war das das Mining Turtle von denen da drüben? Wo denn? Also, ich gucke jetzt hier. Da unten hin. Und da ist übelst die... Also, übel jetzt nicht, aber das voll... Hier, direkt unter uns. Nee, warte. Ich zeig dir, wo das ist. Circa. Ungefähr hier unter uns. Ungefähr. Mhm. Also, jetzt sehe ich es gerade nicht mehr, aber... Alter. Sorry. Ja, die haben ja das Strip Mining Programm von... Äh, Porkchop Media. Äh, okay. Das Bug-User hier. Ich habe irgendwie voll den Schatten bekommen durch dieses 3D-Dinge. Oh, kann ja übelst schlecht werden, ey. Ich glaube, ich habe eine Höhle gefunden. Warte, wo? Du, warte kurz. Hast du Kohle? Äh, nö, ich hab Holz. Hast du Lampen? Äh, nö, ich hab Holz. Na, hier ist ein Torch. Warte, komm ich. Warte, ich mach kurz 3D aus. Gleich wieder da. So, Nio, wo bist du? Lagerraum. Lagerraum. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ein Herz. Nicht so wie du, 5, 14. Hält dir den Rücken frei. Du siehst ein bisschen durchflöchert aus. Ein bisschen. Eisen gefunden. Ah. Du kannst da aus dem Cave sein. Fuck! Mein Held. Äh, mein Schwerf. Ja, ich hab's gemerkt. Ähm. Du kannst ein bisschen Kohle mitnehmen. WAH! Hintermisch! Du kannst ein bisschen Kohle mitnehmen. Du kannst ein bisschen Kohle mitnehmen. Spinnen haste ich entgegen. Ach, ich hab da ein Eisen spürt. Ja, ich weiß. Danke. Komm mal wieder zu dir. Ja, ja. Die Spinne macht mich grad ein bisschen down. Alter, da gibt der mir kurz. Lass mich da durch. Fick. Fast ein ganzes Zeug. Komm runter. Bevor ich hier noch mehr aus dann. Ich glaub hier irgendwo unten ist ein Cave. Glaub ich noch. Aber das sieht noch. Some beer uns. Uh, ich guck nicht. Ah, du bens. Das war eh immer. Das war eh nicht viel. du musst aber ganz schön viel von mir haben nö musst du aber hier ganz so, gerade das wir und die ganzen Samen auch ich halte den rücken frei haha ich hab die kohle von dir auf oh, hallo Kuiper Hallo Kuiper ich hab ihn für mich abbauen lassen glaub ich keine Axt dabei hast du Holz nö, Holz hab ich nicht wo bist du ich grad eben irgendwo reingesprungen warte kurz ich komme zu fuckzombie du hier ist halt du könntest mich kurz tp wenn du willst war ich sorry äh gib mir mal Holz da ah, daraus kann ich eh direkt Stickies machen oh äh ein Ding für ein Kängel Marble, soll ich ein bisschen Marble abbauen? jo oh, sind wir hier so, fünf Stück sollten reichen was ist das härteste Gestein? ja klark mit Holz kaputt eine Holzspitzhacke ich hab Kopper gefunden brauchst mal hier ab ich kannst du mich nicht wo bist du? wir sind Zombies ja, super ja, super äh hier, Moritz, komm mal bitte zurück ich glaub hier ist irgendwie da genau da unten könnte ein Cave sein äh hinter dir ja da unten könnte ein Cave sein hinter dir, hinter dir, hinter dir hinter dir, hinter dir, hinter dir wie hinter dir? ja, ich hab den Gegeben ich hab den Gegeben wooo 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 mit deinem Linn, Alter mit deinem Linn, Alter mit deinem Linn, Alter das sind halt eins nicht, aber das ist von deinem Kumpel, Alter FUK was denn? Hallo Creeper sag ich's mal? nee ich hab nämlich nicht viel zu verlieren bleib weg guck guck nein ach alter verpiss dich der ist weg wie der ist weg der ist weg fuck gefunden fuck gefunden mach ernst da oh, da ist einfach nur was hier ist Kupfer falls du willst ich brauch jetzt erstmal was zum fressen hallo alter 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 tp mich tp mich tp mich tp mich tp mich tp mich ooooh ein Herz ein Hunger und zwei Skelette da bin ich kurz kassiert, alter da zieh mir jetzt Crash ein, Alter äh, Creeper von rechts, Creeper von rechts, Creeper von rechts, Creeper von rechts anderes rechts, hinter hier rechts guck der nach links ja, mein rechts oder dein rechts welches rechts du weißt doch nicht wo mein rechts ist fuck das mein Creeper im sitting hier wiv und ein paar Creeper die habnt verfinden nein nein nennennennennennennennennennennennno auf er aber flinkbekommen als der bührende eine medium ja ich habe ein und so ausdäubigen doch mit ihm das landeben und endlich uhr und geht es die fiedermaus soll komm ich fest ich hab die schon gefestet einmal die feste noch mal gefestet wie viel hängen die eigentlich aus oder mit dem Schwert muss ich die nur einmal hinten wird zu dumm, ich weiß nicht wo die hin ist und außerdem höre ich Zombies boah pass auf wo du hin trittst momentan nicht lustig übelst viel los, hallo Skeleth verbrenne du Bitch und ja hier unten ist Lara ich bin da runtergelaufen ja, hab meine Sachen wieder ich muss das Holz endlich mal safen, Alter dann sind wir jetzt echt risky oh, ein Pfeil also wo finde ich hier noch überall Holz verarschen, Alter super was ist? meine Spitze ist kaputt mal gucken wir mal da auch schon lange ich geb wieder wenn du Holz brauchst ich hätte ne fuck Uranium wie viel braucht man eigentlich von so Uranium? HP hast du ganz normales Holz oder bloß Dschungelholz? äh, ich hab normales Holz gib mal her also normales Dschungelholz wo bist du? dieses komische Lörberzwecks tipp hier mich mal kurz zu dir oder du zu mir oder gib mir Holz ja glück schluck ja 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 schluck 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 ja schluck schneller irgendwie leck zu müssen ach ernsthaft hör mal auf warum ich hab nur nur sieben Stück komm, hier Mann, ich will ein Holz Mann, ich will ein Holz oh, wir waren echt nicht weit entfernt von uns sorry, sorry sorry die Taster to quietschen, bisschen könnte sein ja, leicht Minimalst dazu muss man sagen, das ist eigentlich eine G19 also oi fuck fuck ich hab gerade eben übelst viele Zombies und so gesehen oh fuck und ne Skelett hat mich auch entdeckt bum 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 Alter, das Teil hat Emil oh, aber fettes eh das Game ok, ne, ich verliere das Game Standard muss ich zugeben, würde ich verlieren ok, ok bist du blauer, alter was, du bist blau? dann wieder brenne, du schlampe was ist? ne, man, der ist schlampe ne, man, der ist schlampe der hat mich belästigt ja, ne, ne, ist klar ne, ne, ist klar alter, über viele Lapis Uranium, zwei, drei Stück diamanten jemanden tippe dich zu mir nein fuck, kein Zeugs ja oh fuck tippe dich zu mir nein oder, eh, tippe mich, tippe mich nein was dann wo bist du bist na, Mann fuck, wo waren wir Alter, ich bin gleich so fett daumen Alter, alter ich werde gleich so fett sterben ich werde gleich so fett sterben ich werde gleich so fett sterben ja ich kann nichts wissen irgendwo hier liegt mein Zeugs nein hier nicht warte komm mit ja irgendwo liegt mein Zeugs ja okay das ist eigentlich schon mal richtig fast zumindest wie komm ich hoch fuck ich bin down ich bin down ich bin down man down Fleisch reinziehen Fleisch reinziehen du bist schon fast oben das ist richtig du musst jetzt nach links circa irgendwie oder nach rechts oh hier ist ein Tier oder? ne ne das ist Silber ja das ist recht oder irgendwas anderes du müsstest doch jetzt irgendwas erkennen oder? ja ich will nur noch hier raus ich mein jetzt HALTER was war das? war das bei dir? ja hast aber wenige Schaden bekommen dafür wahrscheinlich hat er die Explosion auch für die gehört und hat deswegen zum Teil gesettelt kommen wir nicht raus alter deine Omi ehrlich fick dich du kleines Kind fick dich alles verbrannt alles verbrannt und deine Mutter stinkt noch eins ab kese halt deine Mutter stinkt noch kese ja es war ein Wasser und Lava ist drunter gewesen alles ist weg was? du musst dich zu mir teleportieren das ist irgendwo hier hinten man soll es sind das will ich jetzt haben so viel Sack teures Sack soll ich mit suchen gehen? ja ich gehe in rum okay dann nehme ich nicht mehr viel Zeit dann nehme ich nicht mehr viel Zeit dann mache ich gleich 3D an und gucken ob ich irgendwas vielleicht finde das leckt es leckt minimal ist ja ich bin grad bei passiv vorbei da leckt's übel oh ich hab deine Sachen was wo? gibst du alle erstmal auf nein äh danke vorher was kaputt geht oder so ich war doch hinter dir ja ich hab eh eh nix dabei gehabt meine Sachen sind eh eh alle verbrannt äh warte ich gebst du dir mal kurz okay jo ja ja mein Zeugs ist alles weg das war eigentlich eh nur noch Holz das mal gleich nochmal Holz fahren gehen ich darfst du noch das dir als? nein ich hab ja welche gesehen aber ich kann es nicht abbauen ich bin mit ner Holzspitzhacke hier in die Höhle reingekommen mit ner halben noch nicht mal halben Halsspitzhacke aber wenn du mitkommst kann ich dir zeigen wo das war nö ich hab eh keine ordentliche mehr ich würde die sogar glaub ich noch finden mal gucken ob ich die noch finden würde ich hab grad eh nix zum scheißen ich bin mich dann höfstenscheinlich eh um gleich ja du mich auch du fucking spinne bist du nicht hart ey ja wir haben zwei Strings Alter jetzt darf ich nicht sterben äh hhahaha vorher übelst viel Holz und so aber Alter fick dich man aber von dir könnte ich ein bisschen Fleisch haben aber ich hab zwei Strings ich will nicht unbedingt sterben ich will nicht sterben oh jee Creeper oh hallo Creeper Bumm Creeper Bumm Creeper Bumm Creeper Bumm Creeper oh da oben ist noch einer und Bumm Creeper Bumm vom Skinner Tισ ich hab 4 прав 4 Geeper überlebt aber es gibt letztlich ich höre hier oben nur noch die passi denkt sie auch schon was machen die ich gehe eh nur noch nicht gehe eh wieder da runter ich gucke einfach ob ich die diamanten wieder finden selbst wenn mein gott wir könnten uns jetzt eh und endlich warte warum mache ich das eigentlich brauche ich das eigentlich gar nicht und jetzt eigentlich ich schaue schatz ich bin zu hause wo ich bin wieder da wo ich gerade eben war ja fick dich das festgelegte nicht noch einmal machst du das mit mir niemand fickt mit mir und meiner rex und sorry adrian aber der spruch ist einfach geil nicht jemanden erkennst du auf den ersten blicken da muss ich erst rätseln es ist die mann oh hallo kippa ne torsch aufgenommen wow zack jetzt nicht mehr wenn ich ruhig wieder sterben gehen oh 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 Wo Was war das? Bist du das? Da sind 6 Creeper auf einmal auf mich zugekommen Wo auf einmal? Wo? Ich bin in die Höhle reingekommen auf einmal Bam, Alter Kommt schon wieder ins Skelett Ich überlebe 6 Creeper, aber mein fucking Skelett trifft mich einmal und ich bin down Alter Beat me up in San Francisco Body as a rock Der einzige warme Raum in dem Haus Jo, ha? Von den ganzen PCs Wohin, schnapp da mal schneiden Ich hab ein Ding Hast du noch auf? Hm Okay Wee Wee Moritz Nein Sind wir da welche mal kaputt gegangen? Nein Also jetzt sind die schon mal für die Zeit da Ah, das ist 6 Oh Unser Meiningtattel hat die Höhle, die wir gefunden haben, angegraben Ist das? Ja Und da unten ist ein Skelett Wo ich ausgelöscht hab Der Meiningtattel, oder wie? Oh, passiert Ich war da auch kleben Brauchst du noch den Bus? Äh, ne, passt Danke Ja Ich verbrenne mal das Holzschwein im Generator Ich bin das Zeichkorn-Schwein Ich bin das Zeichkorn-Schwein Das ist ein echt fett großes Minensystem hier Mann wie Wann wieder Ähm, wolltest du dich nicht um was kümmern? Eigentlich ja Das fällt mir sogar grad wieder ein Das wär nämlich so langsam echt praktisch Okay, mach ich Äh, Holz wollte ich eigentlich holen, damit wir die Sache Ich wollte Gold durchbrennen lassen, ey Ey, du wolltest dich doch um was kümmern, mach doch das jetzt Ja, Query Ich wollte die Dings machen Wie heißen die... Ich komme mit mal bis zum Außenbereich, Haus und so, ne Ja, die... Engines, dann Bustschen-Engine Ja, ist easy Ach, ich kurz Okay, ich brauche... Eisen Ich brauche... Ich brauche... Also... Leute Cobblestone Cobblestone Ähm, wo ist denn die Ho? Hä? Wo ist denn die Ho? Ich glaube, die ist draufgegangen Nein, oder? Falls... Falls du meine Chainsaw brauchst, die ist bei mir im Crafting Table, ne? Jo Einmal... Pisten... Ich brauche jetzt... Paar... Iron Gears Eisen musst du da, glaube ich, wieder brennen Nö Nicht? Ich... Ich habe noch... 23 Danke Äh... Und noch... Hast du ein Glas für mich? Glas? Ja, eins Mein Table Okay Also... Glas Ich... Ich... Hier... Und... Eisen Ja, schön Kann ich das nochmal machen? Das heißt, ich brauche noch ein Glas Was? Ich brauche jetzt zwei von den Engines Ich brauche jetzt zwei von den Engines Ich brauche... Nein, ich brauche... Nein, ich brauche... Ich brauche... Holz Habe ich... So... Dann kann ich nämlich... Backmachen mit dem... Virus... Und... Glas und... Ein... 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 Passmarker gibt es auch Sehen ungefähr gleich aus, nur dass sie grün sind Ich habe mir gerade aufgefallen Ähm... Okay, äh... Komm, hast du schon eine schon? Dann brauche ich noch... Water... Pump... Pipe... Mach ich die... Golden... Waterproof... Golden... Waterproof... Redstone... Redstone... Ja... Äh... Gut, brauche ich... Eins, zwei... Erstmal... Haben wir Kakteen? Ähm... Nö... Fuck... Einmal und... Ich... Tue jetzt kurz nach Kakteen gucken, oder... Kann man irgendwie mit... M... 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 aber die debketten hier wow cool rücken gesproken wow 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 pipes die da sind die brauche ich die sind bei mir im project table die brauche ich aber noch die gold und die roten und dann zeigt er eine schade soll alter ich in die falsche richtung ohne scheiß ich bin rechts gelaufen damit hätte ich bei uns allerdings eigentlich nach links laufen müssen einfach nur um 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 wenn ich fragt woher ich das weiß eine karte ist nur noch nirgendwo ausgerichtet da der bauzeit Hallo Momo, ich habe mich nur ein bisschen verlaufen, sorry, ich bin gleich wieder da. Oh, Sand, 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 Blob, aufgenommen. Und ja, ja, warte, warte, ja, das ist normal, dass da ein Sandblock ist. So, was heißt der Wald? Der Wald hat er gesagt. Ab in den Süden, erstmal durchs Mord, ja, was geht? Was hat durchs Mord, ja, was geht? Ich schade, das Kakteen liegt einfach so am Strand wachsen. Ich muss schon mal gleich nach, na, süß, wüste, guck mal, süßte. Ach, süß. Ja, geil, echt, geh runter in den Süden, das erste, was mir entgegenkommt, EIS. Fuck me, luncheck. Logik, haben sie aber nicht richtig eingebaut. Und dieses Sugarzeug kriege ich sehr über, da, da. Echt, bring ein bisschen mit, ich brauch. Nö. Alter. Mach ich einfach mit. Ah, okay, ich guck mal. Ich hab grad eben zwei Stück weggeworfen. Mal sehen. ich wenn ich einen tag in dem reisbären 15 Minuten? Ne, ne Stunde. So, dann starte jetzt die Aufnahme bei dir. Okay, dann... Wartet kurz. Bei mir heißt es dann bye-bye. Wartet, 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 ey! Ja, egal, ja, okay. Ciao. Und warte geht's, Bahn rutsch. Bye-bye. Bis gleich dann.